Hi, willkommen zu einem kleinen Infovideo, nämlich, kommen erstmal keine Streams, nicht weil ich irgendwie keine Lust habe, ich habe sehr wohl Lust auf Streams, nur das Problem ist, das Internet momentan, der ist im Moment sehr sehr fürchterlich, ich kann nicht mal YouTube-Videos gucken, ja das ist ein anderes Thema, ne der Upload ist momentan ziemlich fürchterlich, weswegen ich nicht mal streamen kann. Ich meine, ich könnte die Bitchwit verscheiden, wobei, ne, nicht mal, weil die ist teilweise auf Null, ja, aber mit Null kann man halt absolut nicht streamen, also, da kann ich auch nichts ändern, leider, deswegen erstmal keine Streams, also dann mal schauen, wann es wieder geht. Ich werde es übrigens in der Woche immer einmal versuchen, immer am Freitag, 19 Uhr, also dann, vielleicht sehen wir uns dann, dann sehen wir uns an dem Freitag wieder, wann es wieder geht. Bis dann und tschö tschö.